Hallo und herzlich willkommen zu Mafia 3. Ja, es wurde länger keine Folge hochgeladen, das habt ihr sicherlich mitbekommen. Und die Entscheidung, die fällt mir auch wirklich nicht leicht, denn ich spiele das Spiel total gerne. Das macht mir richtig viel Spaß. Und gleichzeitig bin ich richtig abgenervt. Und ich merke einfach, wie mir die Lust an der Aufnahme so total abhanden kommt. Denn es ist nach wie vor so, YouTube sperrt die Videos, dann sind die nicht für Handys oder Tablets verfügbar durch den Urheberrechtsverletzungen, wie auch immer. Ich arbeite hier mit Nachbearbeitung der Stimmaufnahme. Ich versuche das alles irgendwie qualitativ gut hinzubekommen. Dann kann ich Titel rausschneiden und YouTube, dann ist meine Stimme total ätzend in den Videos. Also Leute, bitte versteht die Entscheidung. Das ist einfach, die Hälfte meiner Zuschauer geht komplett weg. Denn die Hälfte von euch schaut vom Desktop-PC, die andere Hälfte von Handy oder Tablets. Die fallen schon mal alle weg, weil die die Videos einfach nicht gucken können. Das andere ist, dass ich dauernd, ja, das habe ich schon gesagt, ein Scheißgefühl habe, wenn ich aufnehme, weil ich denke, geht es jetzt durch oder nicht? Ist da wieder ein Titel drin, der nervt oder nicht? Und ich finde einfach, Mafia 3 ist so großartig. Und auch gerade die Musik macht es aus. Und ja, daher, ich weiß nicht, nee, das geht für mich einfach nicht mehr. Und deswegen schweren Herzens beende ich Mafia 3 hiermit offiziell. Und ich wollte euch aber das auch offiziell mitteilen und nicht einfach so das auslaufen lassen. Hab da wirklich hin und her überlegt. Aber nee, nee, das so nicht. Und ich habe auch keine Lust mehr und keine Ambitionen mehr, bis das nicht irgendwie anders geregelt ist, jemals nochmal von 2K oder 2K ein Spiel zu spielen. Schon, aber nicht mehr aufzunehmen als Let's Play. Also das, nee, ich mache natürlich gerne mit den Let's Plays auch Werbung für die Spiele. Und gerade, weil das Game mich so begeistert hat, aber nicht so. Also da hört es dann für mich auf, für mich persönlich. Ja, in diesem Sinne seht ihr jetzt auch keine Folge. Ich werde die Folge aber auch so betiteln, dass es erkennlich ist. Und hoffe, ihr habt da Verständnis. Es wird jetzt, wie gesagt, als Action-Adventure Uncharted, werde ich ins Programm nehmen. Erstmal, weil mir das sehr viel Spaß macht und es da keine Komplikationen gibt. Und da wird auch Uncharted 4 irgendwann kommen. Das ist auf jeden Fall in Planung. Aber weil ich noch nie Uncharted gespielt habe, spiele ich eben von 1 bis 4 die Teile. Also es wird ein bisschen dauern, bis 4 dann kommt. Aber es wird kommen. Und generell, ja, hoffe ich, ihr bleibt weiterhin mir treu und meinem Kanal treu. Und falls ihr Wünsche habt oder falls euch Spiele besonders gut gefallen auf dem Kanal, teilt mir auch das bitte mit. Ich freue mich total darüber, denn ich bin gerade auch so ein bisschen mich am Fragen. Ich merke einfach zeitlich, ich muss mich begrenzen. Ich kann, ich will so vieles, aber es geht einfach alles nicht in der Zeit. Und daher wird auf jeden Fall NHL bleiben und Minecraft wird bleiben. Ein Action-Adventure, ja. Und wahrscheinlich Metatron als Survival-Game oder die Horrorsparte bin da noch ein bisschen unschlüssig. Aber wie gesagt, es wird sich stetig verbessern und verändern. Ich hoffe, ihr bleibt im Kanal, also mir auch treu. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und in diesem Sinne sage ich einen schönen Tag euch noch oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr die Folge schaut bzw. die Mitteilung jetzt erhaltet. Und sage bis bald.